Früher war doch alles irgendwie besser, oder? Ich meine, da waren wir alle noch eckig und hatten durch zweiteilbare Knöpfe. Also bis auf uns natürlich. Aber mit uns konnte man ja theoretisch alles machen. Ja, ja, da musste man noch seine Fantasie spielen lassen. Und heute gibt's für alles eine extra Form. Bloß nicht mehr kreativ werden und sich was einfallen lassen müssen. Genau so ist es. Damals musste man Säulen noch mit Achtersteinen bauen. Das erzählen wir Ihnen doch heute mal. Die lachen sich doch aus. Was? Redet ihr von mir? Nein. Siehleine, Freak. Jedenfalls sehe ich genau darin das Hauptproblem der Firma. Keine Kreativität mehr. Alles ist vorgegeben. Uns brauchen wir doch bloß noch als Lückenfüller. Und dabei kann man theoretisch alles aus uns bauen. Aus uns besteht doch alles, wenn man so will. Naja, so ein paar Zweie bräuchten wir schon. Und achte, um ein Grundblatt. Ja, aber wirklich nur das. Und da kann man alles aus uns machen. Formel 1, Wagen, Ritterburgen, Raumschiffe, Kernkraftwerke. Genau, aber mit diesen Spezialteilen geht es doch gar nicht. Die kann man für eine Sache benutzen und das war's dann. Da kommt schon wieder so einer. Wo? Hinter ihnen. Ein Treppenfreak. Ach du Scheiße. Hey, bist du in eine Rolltreppe geraten oder was? Hihihi. Naja, und alles bloß, weil einige Idioten meinen, Spezialsteine seien sexy und voll auf die abfahren, also... Hier bist du, Schatz. Ich hab dich schon überall gesucht. Kommst du jetzt nach Hause? Die Kinder warten auch schon. Äh, ja, natürlich, komm gleich. Ich muss nur noch dem Herrn hier was erzählen. Ich bin, äh... Ich bin, äh...